Eine Tischtennisplatte ist groß und sperrig. Und bis man sie erst einmal aufgebaut hat, hat man schon die Lust am Spiel verloren. Ganz anders diese Tischtennisplatte von Playtastic. Diese handliche Mini-Ausgabe sorgt garantiert für riesigen Spielspaß. Dank des praktischen Tragegriffs können Sie die Tischtennisplatte im Aktentaschenformat überall mit hinnehmen. Der Aufbau ist kinderleicht. Beim Öffnen der Platte spannt sich das Netz bereits von selbst. Die ausklappbaren Kunststofffüße sorgen für sicheren Stand. Die Schläger und Bälle sind ordentlich und jederzeit griffbereit an der Unterseite der Platte verstaut. Ein Spaß für Jung und Alt. Ob im Büro, auf der nächsten Grillparty oder im eigenen Wohnzimmer. Probieren Sie es aus.